Hallo, mein Name ist Roman Klimentowitsch und ich möchte euch heute meinen Thriller Immer still vorstellen. Worum geht es in dem Buch? In einem kleinen trostlosen Dorf verschwinden zwei Jugendliche spurlos. Ein Bursch und ein Mädchen, beide 17 Jahre alt. Das mediale Interesse ist riesig, das Polizeiaufkommen enorm, aber dennoch findet sich absolut keine Spur von den Vermissten und so gerät der Fall mit der Zeit in Vergessenheit. Bis auf den Tag genau drei Jahre später wieder zwei junge Menschen in dem Dorf verschwinden und genau das ist der Zeitpunkt, an dem meine Geschichte beginnt. Meine Heldin, die Lisa, lebt mittlerweile in Wien, sieht sich aber gezwungen in ihr verhasstes Heimatdorf zurückzukehren und warum das so ist, das möchte ich euch jetzt gerne vorlesen. Wenn alles in einem schreit, lauf! Sollte man dann nicht darauf hören? Montag, 9. Februar Das Heizungsgebläse lief auf Hochtouren, damit die Scheiben nicht weiter beschlugen. Der blassgelbe Duftbaum auf dem Tropical stand und der nur noch nach Kartonroch baumelte wild vom Rückspiegel herunter und Rocksets, It must have been love, dröhnte aus den Boxen des Autoradios. Normalerweise liebte ich solche Rockschnulzen, aber jetzt war ich gar nicht in der Stimmung dafür. Ein Blick auf den Tacho 39 kmh und das auf der Bundesstraße, aber mehr ließen die stockdunkle Nacht, der nasse Asphalt und die dichten Nebelschwaden nicht zu. Ich hing knapp hinter der Windschutzscheibe und klammerte mich verkrampft am Lenkrad fest. Meine Hände waren schweißnaß, meine Augen brannten und immer wieder schossen mir dieselben Fragen durch den Kopf. Wo konnte sie nur stecken? War hier etwas passiert? Und wieso ausgerechnet jetzt, genau drei Jahre danach? War es Zufall oder hatte ihr Verschwinden mit den Geschehnissen von damals zu tun? Ich machte mir große Sorgen, glaubte nicht daran, dass ich übertrieben reagierte. Kurzes Hoffen, als mein Handy auf dem Beifahrersitz läutete, doch es war nicht sie, die mich endlich zurückrief. Auf dem Display erschien schon wieder nur Toms Name. Ich drehte Rockset lauter und zwang mich nicht ranzugehen. Ich fühlte mich verloren. Einsam. Und aus irgendeinem Grund auch schuldig. Seit geraumer Zeit war ich keinem anderen Fahrzeug mehr begegnet. Ich sehnte mich nach irgendeinem Lebenszeichen. Hätte mich schon über ein fahles Licht in weiter Ferne gefreut, aber nichts. Langsam nahm mein Verkehrsschild in der Dunkelheit vor mir vor mir an. Ich kniff meine Augen zu schmalen Schlitzen, versuchte etwas zu erkennen. Dann endlich. Grundendorf, neun Kilometer. Bald hatte ich es also geschafft. Dabei wusste ich gar nicht so recht, ob ich mich wirklich darüber freuen sollte. Beim Gedanken daran, meinen Vater gleich wiederzusehen, verkrampfte sich mein Magen. Es war nicht so, dass ich ihn nicht gern hatte. Es war nur, ich weiß auch nicht. Irgendwie passten wir ganz einfach nicht mehr zueinander, hatten uns nichts mehr zu sagen. Und seit dem Tod meiner Mutter war alles nur noch komplizierter geworden. Tag ein, Tag aus, verkroch er sich in seiner Werkstatt und arbeitete dort von frühmorgens bis spät in die Nacht hinein. Die Arbeit war zu seinem einzigen Lebensinhalt geworden. Ansonsten wusste ich kaum mehr etwas über ihn. In der Dunkelheit vor mir tauchte endlich die scharfe Abzweigung nach Grundendorf auf. Ich drosselte die Geschwindigkeit weiter, verließ die Bundesstraße und folgte einer schmalen, schlecht asphaltierten Landstraße mit unzähligen Schlaglöchern und tiefen Regenpfützen. Auf einmal schien es mir, als ob der Nebel dichter und die Nacht noch schwärzer geworden war. So nahe war ich meinem Heimatdorf schon lange nicht mehr gewesen. Es ist kalt, der Schauer lief mir über den Rücken. Die Erinnerung an die Ereignisse von damals übermannte mich. Drei Jahre und zwei Tage war es nun schon her, dass Linda und Markus verschwunden waren. Drei Jahre und zwei Tage der Ungewissheit, was mit ihnen geschehen war. Hatten sie das alljährliche Grundendorfer Faschingsfest am Abend ihres Verschwindens jemals erreicht? Niemand hat es mit Sicherheit sagen können, da fast alle Gäste verkleidet gewesen waren. Waren sie gemeinsam durchgebrannt? Kaum vorstellbar, da Markus als Einzelgänger galt und die hübsche und frühreife Linda wohl kaum etwas mit ihm angefangen hätte. Waren sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Entführt oder gar ermordet worden? Auch dafür gab es nicht die geringsten Anhaltspunkte. Ihr spurloses Verschwinden war bis heute ein Rätsel. Ich hatte schon lange nicht mehr an die beiden gedacht. Bis zum heutigen späten Nachmittag jedenfalls. Seitdem spukten die Ereignisse von damals in meinem Kopf herum und ich war auf dem Weg in meine alte Heimat. Der Grund? Wenige Stunden zuvor hatte ich einen Anruf von meinem Vater bekommen. Papa zeigte das Display an und augenblicklich regte sich ein ungutes Gefühl in mir. Instinktiv wusste ich, dass etwas passiert war. Hallo, Papa! Lisa? Seine Stimme klang brüchig. Ja? Störe ich dich? Nein, nein, es geht schon. Gut, wie geht's dir? Ganz okay? Und dir, Papa? Du, ich rufe an, weil... Was ist los? Ein tiefes Seufzen. Maria, sie... Das ungute Gefühl in mir war schlagartig zu Angst geworden, als mein Vater den Namen meiner Schwester ausgesprochen hatte. Mein Herz schlug schneller. Meine Stimme zitterte. Was ist mit Maria? Sie ist verschwunden. Seit dem Faschingsfest am Samstag. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und was mit den Verschwundenen passiert ist, dann könnt ihr das gerne in meinem Thriller immer still nachlesen. Ich wünsche euch viel Spannung dabei. Ich wünsche euch viel Spannung dabei.